Musik Das Ziel im Nebel Ja, was denn im Nebel? Versuche zu überleben Okay, das mal ein Ziel Was soll das heißen, Versuche zu überleben? Einfach hier? Oder muss ich irgendwo hin? Wahrscheinlich nicht, einfach nur überleben Oh oh Das dürfte schon schwierig genug werden wahrscheinlich Oh, Splittergranaten Einmal eine werfen Und einmal eine aufnehmen und werfen Und zum Aufnehmen gibt es da nichts mehr Oh, der Nebel kommt zu mir Muss ich da weg? Hä? Was denn? Einfach nicht sterben Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf Muss ich da weg? Oh, da kommt noch mehr Nebel Oh, sag mal Die hauen ja rein, du Gibt es da was zu futtern? Nein, gibt es nicht Natürlich nicht Oh Da hat er nicht überlebt Aber er hatte doch ein Life Der Gute Und Splittergranaten hat er auch noch, der Gute Und Erdbeben Das war zwar kein Erdbeben Aber okay Ja, was denn? Oh, ich könnte die Fähigkeit nutzen Moment Wie ging das? L und jawoll Aufgeräumt Sind wir das? Was? Was? Neues Ziel Doppeltes Spiel Was? Zerstöre alle Monster So, jetzt sind wir also ein kleiner Geheimagent Ein Spion Wie geil ist das denn? Neues Ziel Fünfmal Obst und Gemüse pro Spiel Was? Ist fünfmal Obst und Gemüse pro Spiel Was soll denn das? Diese Meldung sollte hier nicht stehen Okay What the fuck? Tu nichts Und ansonsten? Wie geht's? What the fuck? Das Spiel dreht durch Ist es eskaliert? Wie geht's so? Mir geht's gut Danke Oh So Jetzt sind wir wieder Bei Sinnen Oder so halbwegs Wir schlagen mit Herzchen uns Was? Was geht denn hier ab? Dieses Spiel enthält keine Was? Fthalate Fthalate Finde den Schlüssel Der zu russigen Tür führt Da gibt's wahrscheinlich gar keinen Schlüssel Drei von vierundvierzig Okay Hüpfen können wir auch nicht Du Hast du die Eichel Bist du besser geschützt? Wir laufen ein bisschen rum Ich hab keine Ahnung was da geht Kann ich noch was werfen? Nein Spezialattacken gehen nicht Das Spiel ist einfach völlig außer Kontrolle Wir sind völlig außer Kontrolle Da gibt's noch mehr Da gibt's noch mehr Rette May und June wurde aktualisiert Was war die andere denn? Was ist die Sekretärin? Oder was? Keine Ahnung mehr Ich glaub Adams Sekretärin Ist ein paar Chips Fettmacher Das Spiel dreht durch Mach keine 99 Schläge Kombo Okay Das kann ich Das kann ich Jetzt machen wir schon Sternchen statt Oh Wir haben hier ne Waffe Jetzt haben wir schon Sternchen statt Herzchen Das ist ein Fortschritt Gordon Freeman existiert nicht Nein Friedman Friedman Gordon Friedman existiert nicht Und wir haben was zu futtern gekriegt Was wir aber nicht nützen können Doch jetzt schon Sehr geil Springt zum nächsten Ziel 2 von 55 Und wir haben bald Den Balken leer geräumt Gehe zur Sporthalle So ich glaube dieses Ziel ist dann wirklich Eines das wir erreichen müssen Jawohl So Splittergranaten Einfach nur drauf gehauen Aber wir haben weder Viele Batterien Da ne Batterie 3 von 7 Noch irgendeine Waffe gefunden Was mich ein bisschen nachdenklich stimmt Sind wir wirklich so schlecht? Wir hätten ein bisschen mehr rumlaufen sollen Aber meine Güte Wir sind Meisterhaft Ziel erfüllt Yay Wir sind in der Turnhalle Und jetzt? Heimspiel Und wer bist du? Gewinne gegen den Big Boss Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich Ne? So widerspiele mich jetzt grad Das eskaliert voll Und ich seh schon Ich seh schon Komm Wir haben Das nächste Game Over Vor uns Ich hab keine Life mehr Und der dicke Hau ganz gut rein Oh Splittergranaten aber auch noch Yay Splittergranaten Und bisschen Feuerchen Und der dicke alte Opa kommt Der hat sogar einen Lebensbalken Sehr schön Splittergranaten Einmal für mich Oh Da Da fällt die halbe Decke runter Weg da Weg da Weg da Weg da Weg da Ich hab nichts mehr zu futtern Ich brauch was zu futtern Game Over Du solltest besser Geige spielen lernen Na vielleicht später mal Aber das Meine Freunde War noch nicht das Ende Heimspiel zum zweiten Auf geht's Jetzt sind wir motiviert Jetzt haben wir Ein Ziel vor Augen Jetzt wissen wir Das Spiel funktioniert hier Was? Splittergranaten Go Oh Der haut aber ganz schön übel zu Der haut ganz schön übel zu Meine Güte Mal was futtern hier Und Na Dinge haben wir nicht mehr Sehr schön Was zu futtern haben wir nicht mehr Und auch unsere Combo-Punkte Sind nicht aufgeladen Oh Weg Nein Tu das da nicht Das ist ja Der Big Boss Der hat nicht mal Namen Der Herr Oh Jetzt gehen wir mal außen hin Ja Sehr schön Wir haben es im Griff das Spiel Wir haben es einfach im Griff Ja Entweder du weißt wie das geht Oder du bleibst zu Hause Und spielst Geige Wie schon erwähnt Ja Ein bisschen Feuerchen machen Und dann raus hier Aber ich möchte gerne eine Splintergranate Oder sowas So Nachladen Komm Lade Lade Creech 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 Rangeschraubt Und dann Ui Ja Weg da Nicht mehr viel Nicht mehr viel Einfach noch überleben Oh Das hat jetzt auch ein bisschen weh Aber Wir haben es ganz gut im Griff Bisher Jetzt einfach nicht sterben Junge Mann Komm weg 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 Ja Nein Komm Tu nicht sterben Und wir haben Das Ziel erfüllt Du rockst Meine Güte Du meinst es sei das Ende Falsch gemeint Riesiges Problem Und der nächste Bosskampf Und wie geht der Erledige die Abscheulichkeit Okay wir müssen da drauf schlagen Wenn der runter haut Gehen wir da mal drauf schlagen Ja der geht da ziemlich schnell down Gefällt mir Hier kommt was Kommt was runter Aber live habe ich auch Trotzdem was nichts mehr Das ist ein bisschen doof Oh Ei Jetzt haben wir da noch Besuch gekriegt Da fällt die Hälfte der Der Decke runter Okay Ah Komm Horden neben Anmarsch Komm 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 Haben diese Horden Bisschen was zu futtern Für mich wenigstens Komm lass mir was zu futtern da Ich hab Hunger Oh Fähigkeit bereit Aber das bringt mir nicht viel Oh man Das wird knapp Das wird knapp Muss ich erst die Horden weghauen Bevor ich überhaupt noch weitermachen kann Wahrscheinlich So Da kommen noch mehr Und ich bin erledigt Aber das ist kein Problem Errungenschaft Freigeschaltet Brandstifter Ja Ein Leben einsetzen Weiter geht's Wir haben ja noch genug Leben Noch eins Also beziehungsweise Wir dürfen noch zweimal sterben Und ich denke Das könnte der Endboss sein Obwohl es von der Story her Jetzt nicht wirklich Da nicht wirklich viel erklärt wurde Aber hey Wer braucht schon Story Wenn er hauen kann Und hier Splittergranaten Jawoll Spaß für die ganze Familie Und Munition Und meine Güte Wie viel kommt denn da noch Komm ich will wieder auf den Den Ast hauen So zu Boden 14 Monster erledigt Und es geht weiter Im Takt Oh Runtergefallen Haut rauf Haut rauf Ja knapp Da hat nicht mehr viel gefällt Nein komm aufstehen Aufstehen Meine Güte Kann er nicht sein Nein Das kann er nicht sein Komm Was denn Kann ich die nicht mehr schlagen Nein Komm Drauf Ja Was kommen die nächsten Wie wollen die mich denn verarschen Was denn Jetzt kommen noch zwei Tentakel Das ist ja nicht normal Das ist doch nicht normal Da will mir doch keiner erzählen Dass das funktionieren soll Irgendwie Was denn Der will mich doch nur verarschen Hier Ich hab nichts zu futtern Wie soll denn das gehen Na und da hat es mich schon wieder Wie soll denn das Bitte schön gehen Fähigkeit Erdbeben Ja sehr schön Aber das bringt mir ja nichts Jetzt Weil ich könnte natürlich Die Unverwundbarkeit Einschalten dann Aber ich meine Wenn da nochmal Zwei Dinger kommen Boah ey Sag mal Die wissen doch nicht Was sie tun Nein Wo müsste ich denn Das einschalten Ich weiß es gar nicht mehr Ich warte jetzt mal noch Erstmal bisschen Schrauben hier Oh Leck mich So Jetzt aber Komm jetzt Wie lange geht denn das noch Bisschen Feuerschen Einfach ein bisschen Rambazamba hier So Jetzt bin ich unverwundbar Glaube ich Nein bin ich nicht So Jetzt aber Nein das ist Erdbeben Fuck Wasche Tasten gedrückt Egal Wir räumen auch so auf Ist ja gar kein Ding So Kommt runter Ihr Tentakeldinger Obwohl ich euch schlagen kann Genau Genau so Nein nein Runter 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 Darf ja nicht wahr sein So jetzt aber Komm Haus Haus zu Brei Haus zu Brei Schnell Horden die Mann Wollt ihr mich denn Jetzt kommt da noch eins Ich glaube ich spinne Game over Was denn los hier Echt Alles umsonst Ähm Ja von diesem Punkt aus starten Boah Was geht denn hier ab